Mein Name ist Herbert Kröckler. Ich bin auf DWS Steuerberater Online tätig im Bereich der aktuellen Rechtsprechung. Viermal im Jahr ein Seminar mit unterschiedlichen Themen. Los geht's üblicherweise mit neuer höchstrichterlicher Rechtsprechung, die wir etwas näher betrachten, gefolgt von Kurzhinweisen. Danach dann die Entwicklung der Gesetzgebung, Neues aus der Finanzverwaltung und Praxishinweise. Abgerundet wird das Seminar durch Rechtsbehelfshinweise und einen Rückblick auf solche Themen, die in früheren Seminaren schon einmal behandelt worden sind. Das ist das, was viermal im Jahr der aktuellen Information dient und was Sie in diesem Seminar von mir präsentiert bekommen.